Hallo Kackbratzen! Ich weiß nicht, wie groß die Fangemeinde von Suikoden ist, aber wenn man sich mal so umhört, kann sie nicht allzu groß sein, da das Rollenspiel eher unbekannt ist. Oder man hat vielleicht schon mal den Namen gehört, aber niemals gespielt. Was man eher kennt, ist Final Fantasy und das ist eigentlich ziemlich schade, denn da draußen gibt es viel mehr zu entdecken, vor allem aus der guten, alten Zeit. Suikoden war vielleicht nicht das allererste Rollenspiel, das für die PS1 veröffentlicht wurde, aber es hat wohl das Rollenspiel-Genre auf der Playstation so richtig ins Rollen gebracht. Eigentlich war es ursprünglich nicht mal für die Playstation gedacht, sondern für Konamis eigene Konsole, die allerdings niemals das Licht der Welt erblickte. Da man nun eine passende Hardware suchte und mit der Playstation ein neuer Player im Raum stand, entschied sich Konami bewusst gegen Nintendo und Sega und bundelte somit Sony an. Da das Spiel noch aus einer komplett anderen Ära war, schaffte Suikoden noch nicht ganz den Sprung ins 32-Bits-Zeitalter. Im Rollenspiel-Genre sollte es dann wieder mal ein Final Fantasy-Titel sein, der sich all den Ruhm holte. Genauer gesagt das gute Final Fantasy 7. Wir haben es also mit Suikoden mit einem Vermächtnis der 16-Bits-Ära zu tun, aber auch das kleinste Detail wurde aufpoliert und verfeinert, sodass es perfekt auf der Sony-Konsole lief. Die Frage, ob man den Titel auch heute noch spielen kann, erübrigt sich. Natürlich muss man Suikoden gespielt haben. Der zweite Teil war vielleicht noch etwas besser, viel besser sogar, aber wir beginnen wie immer zunächst mit dem ersten Teil einer Serie. Oh! Und hab ich schon erwähnt, dass Suikoden 108 Stars hat? Die Entwicklung von Suikoden begann in einem stillen Kämmerchen in der Konami-Zentrale in Tokio. Angeführt wurde das Team von Yoshitaka Murayama, der sich 1992 noch ganz grün hinter den Ohren seinen Universitätsabschluss in Programmierung erdackelt hat. Konami war auch sein erster Arbeitgeber. Angefangen hat er allerdings nicht gleich als Leiter irgendeines Entwicklerteams, sondern war für das Aufspüren von Bugs zuständig. Anscheinend war er damit höllisch unterfordert. Denn bereits sechs Monate später wurde er für ein streng geheimes Projekt abgezogen. Konami hat sich dazu entschlossen, gegen Nintendo und Sega in den Ring zu steigen und eine eigene Konsole zu entwickeln. Realisiert wurde sie am Ende aber nie. Murayama sollte jedenfalls für die ominöse Phantom-Konsole Spiele entwickeln. Diese Konsole, so Murayama, sollte aber nicht direkt ein Ding sein, das man sich vor den Fernseher stellt, sondern eher eine Handheld-Konsole. Der junge Murayama sammelte also ein paar weitere Entwickler ein und so traf er auch auf Janko Kano. Zusammen wollte man nun ein Rollenspiel für die Konsole aus dem Hause Konami entwickeln, aber schon ein Jahr später war Schicht im Schacht. Die Playstation stand vor den Türen und Konami entschied, dass es wohl besser war, für den nächsten kommenden Star am Videospiel Himmel zu arbeiten, als von ihm zu Staub zermahlen zu werden. Glücklicherweise wurde unser Dream-Team Murayama und Janko nicht getrennt und konnten somit gemeinsam wieder an einem Rollenspiel arbeiten. Diesmal allerdings für die PS1. Insgesamt werkelten 10 Leute an der Entwicklung von Playstation-Spielen. Der Rest der Mannschaft sollte weiterhin an dem guten alten 16-Bits-Spielen arbeiten. Bei der Entwicklung ließ sich Murayama von vielen Spielen inspirieren, darunter auch Dragon Quest V. Allerdings plante er, dass die Charaktere um einiges mehr Frust beim Spielen bereiten sollten und zugleich wollte er auf ein zu komplexes Gameplay oder komplizierte Puzzle verzichten. Was die Handlung angeht, ließ sich Murayama stark von den Mangas Captain Tsubasa und Fist of the North Star inspirieren. Unterschiedlicher geht es kaum und irgendwie kam die Idee auch beim Management nicht so wirklich gut an. Murayama entdeckte dann den alten chinesischen Roman Die Räuber vom Liangshan Moor, dessen Originaltitel Shuihu Zuan lautet. Die Geschichte handelt von einer Gruppe von 108 Outlaws, die sich während der Ming-Dynastie zu einer Armee zusammenschließen. Man beließ es beim Titel auch bei der japanischen Version von Shuihu Zuan, also Suikoden. Allerdings hat man bei der Präsentation des Spiels nur etwas falsch verstanden. Während Murayama wollte, dass das Spiel in der Welt des Romans spielt, wollte das Management, dass man sich bei der Entwicklung auf die 108 Outlaws fokussiert. Und somit stieß man bei der Entwicklung von Suikoden auf einen Sack voller Probleme. Zum einen war es nicht gerade eine einfache Aufgabe, 108 Charaktere zu erstellen und diese dann in ein Spiel zu pressen. Und dann hatte das noch junge Entwicklerteam mit der PS1 beinahe seinen Endgegner gefunden, denn was die 3D-Fähigkeit der Konsole betraf, so waren die Herrschaften mit ihrem Latein am Ende. Um am Ende sich doch noch ans rettende Ufer zu dackeln, hat man sich dazu entschlossen, all des 3D-Gedöns über Bord zu werfen und den klassischen Stil mit 2D-Spreiz für das Spiel zu verwenden. Was ist aber so besonders an Suikoden? Die Handlung und die Charaktere verbinden sich zu einer fantastischen Geschichte und ich versuche so gut es geht nichts zu verraten, für den Fall, dass in den letzten 25 Jahren dieses Spiel komplett an euch vorbeigegangen ist. Einer der Hauptcharaktere ist hier, der Sohn eines kaiserlichen Armeegenerals namens Theo MacDoll. Während Theo mit seiner Armee an der Grenze unterwegs ist, schließen sich Tyr mit seinen Freunden, sowie drei Dienern Gennan Pan, Cleo und Gremio der kaiserlichen Armee an. Während sie auf einer eigenen Mission unterwegs sind, werden sie von einem wilden Monster angegriffen. Ted entpuppt sich als Träger einer wahren Rune, eines Symbols in seiner Hand, das ihm enorme Macht verleiht. Als sie zu ihrem Haus in Gregminster zurückkehren, wird Ted ins Schloss gerufen. Windy, die Hofmagierin, entpuppt sich als Bösewicht. Sie ist seit Jahrhunderten hinter Teds Rune her. In einem Kampf fügt Windy Ted eine tödliche Wunde zu, aber er schafft es zu fliehen. Zurück auf dem MacDoll-Anwesen hinterlässt Ted Tyr die Rune. Leider verrät Pan die Gruppe und erzählt den imperialen Wächtern, dass Ted seinen Weg zurückgefunden hat. Ted stirbt, aber nicht bevor er genug Ablenkung geschaffen hat, damit Tyr entkommen kann. Auf der Flucht werden Tyr, Gremio und Cleo von einem Mann namens Victor unterstützt, der sie zum Stützpunkt einer geheimen Rebellion bringt. Von da an erweitert sich das Spiel. Durch Schicksal und Zufall wird Tyr zum Anführer einer Rebellenarmee, die in einem Schloss mitten in einem See stationiert ist. Er führt den Kampf gegen den Kaiser, dem sein Vater die Treue geschworen hat. Wir haben es in dem Spiel also mit extrem dramatischen Zeug zu tun. Mit dem Schloss haben sie übrigens vermieden, dass zu viele Kampfcharaktere benötigt werden. Es eröffnete die Optionen für Charaktere, die rekrutiert werden konnten. Viele Charaktere beteiligen sich aber auch nur passiv. Einige eröffneten Geschäfte im Schloss. Ein anderer bewirtschaftet eine Vorratskammer oder fungierte als Schmied. Um schneller zwischen den Ebenen hin und her reisen zu können, kann man sogar Aufzüge installieren. Reden wir aber mal über das Gameplay. Abgesehen von den 108 Charakteren im Spiel ist der interessanteste Aspekt das Runensystem. Das System ermöglicht den magischen Einsatz in der Welt von Suikoden. Denkt hier zum Beispiel an das Materia-System, das in Final Fantasy VII verwendet wird. Einige Runen sind generisch, wie etwa Feuer, und ermöglichen es Charakteren, Feuerzauber zu wirken. Aber die wahren Runen sind einzigartig und lassen die Charaktere ebenso einzigartige Zaubersprüche auszuführen. Aber im Gegensatz zu Materia beschränkt Suikoden jeden Charakter auf verwirrende Weise auf eine Rune. Leider dämpft ein höllisch stumpfes Inventarsystem den Spaß am Austausch von Runen zwischen Gruppenmitgliedern. Während deiner Reise stößt du ständig auf Runen und andere Beute. Aber jeder Charakter hat nur 9 Itemslots. Und die Ausrüstung, die du trägst, belegt die meisten davon. Die Verwaltung meines begrenzten Inventars wurde für mich zu einer routinemäßigen Schmerzquelle. Da ich mich regelmäßig mitten in einem Dungeon befand und keinen Platz für all die schönen Dinge hatte, die man dort so findet. Und so verschwendet man unendlich viel Zeit damit, die Gegenstände zwischen den Charakteren auszutauschen oder sie in den diversen Läden zu verkaufen. Das kann einem ziemlich auf den Sack gehen, vor allem weil es viele Rollenspiele in dieser Zeit gab, die das Inventarsystem besser gemeistert haben. Magische Punkte werden in Suikoden übrigens nicht verwendet. Stattdessen konnten Charaktere zwischen den Pausen eine begrenzte Anzahl von Zaubersprüchen wirken. Als Inspiration dafür diente laut Murayama Wizardry. Falls sich hier einer noch an diese Serie erinnern kann, Glückwunsch! Ihr seid alt! In Suikoden gibt es drei Kampfphasen. Am häufigsten sind die standardmäßigen Gruppenbegegnungen. Diese passieren als zufällige Begegnungen auf der Weltkarte oder in Dungeons. Man steuert bis zu sechs Charaktere, die in zwei Dreierreihen angeordnet sind. Die Platzierung der Charaktere ist allerdings wichtig. In der ersten Reihe gilt es Charaktere mit nur einer kurzen Reichweite zu positionieren, die stets die erste Reihe der Feinde angreifen werden. Charaktere mit einer mittleren Reichweite kann man überall positionieren. Allerdings greifen auch diese nur immer die erste Reihe der Gegner an. Charaktere mit einer langen Reichweite können ebenfalls überall positioniert werden. Allerdings ist die letzte Reihe wohl die beste Idee, da sie zwar eine große Reichweite haben, aber nur geringe Trefferpunkte und eine geringe Verteidigung. Einer der coolsten Teile des Kampfes waren die vereinten Angriffe. Bestimmte Charaktere könnten zusammenarbeiten, um einen massiven Schlag auszuführen. Für die kleinsten Einheitsangriffe sind nur zwei Personen erforderlich und einige benötigen drei Personen, von denen eine bis zu vier Charaktere vereinen kann. Es ist eine unterhaltsame Mechanik, mit der man etwas experimentieren kann, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt. Die anderen beiden Kampfarten sind Duelle und Armeekämpfe. Im Wesentlichen funktionieren die Kämpfe nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Angriff besiegt Verteidigung, Verteidigung schlägt verzweifelten Angriff und verzweifelter Angriff schlägt Angriff. Im Grunde also keine Hexerei. In Armeeschlachten tritt eine gesamte Armee gegen eine andere Armee an, was ziemlich logisch klingt. Im Laufe des Spiels werden diese Schlachten immer größer und auch sie funktionieren nach dem Steinschere-Papier-Prinzip. Infanterie schlägt Bogenschützen, Bogenschützen schlagen Magier und Magier schlagen Infanterie. Es ist leider unmöglich, bestimmte Charaktere wiederzubeleben, die während Armeeschlachten getötet wurden. Das macht aber nichts, denn all jene, die wir nicht wiederbeleben können, waren für die Handlung nicht unbedingt wichtig. Billiges Kanonenfutter also. Besser ist es, dass man keine engere Verbindung mit den Charakteren aufbaut. Wie etwa auch in Game of Thrones. Trotz all der Schere-Stein-Papier-Taktik ist Suikoden nicht unbedingt ein schwieriges Spiel. Im Gegenteil. Grundsätzlich ist es möglich, die meisten Kämpfe mit brachialer Vorgehensweise zu gewinnen und nur wenige Bosse erfordern tatsächlich ein wenig Strategie. Auf der einen Seite ist es schön, nicht grinden zu müssen, aber auf der anderen Seite macht die extreme Leichtigkeit des Kampfes einige Kampfmechaniken optional und einen Großteil ihrer Zeit beim Kämpfen ziemlich geistlos. Der niedrige Schwierigkeitsgrad macht es auch unnötig, mit den verschiedenen Charakteren zu experimentieren. Im Prinzip kann man das Spiel mit den immer gleichen Charakter durchzocken, während man die anderen aufs Abstellgleis schickt und dort verrotten lässt. Die Musik in der Suikoden-Serie war schon immer ein Höhepunkt. Komponistin Miki Higashino komponierte den größten Teil der Musik und obwohl sie von Videospielen absolut null Ahnung hatte, hat die trotzdem einen mehr als sehr guten Job gemacht. Die Grafik ist jedoch ein zweischneidiges Schwert. Die Optik hat definitiv einen gewissen Charme, aber trotzdem fühlt es sich nicht wirklich wie ein PS1-Spiel an. Man hat eher das Gefühl, dass es eben ein SNES-Titel der späteren Generation hätte werden sollen. Alles, von den Zauber-Effekten bis zu den Hintergründen erstrahlt in zauberhaften 2D. Leider sind die Animationen etwas abgehackt. Gebietskarten, Charakterportraits und vieles mehr scheinen handgezeichnet zu sein, auch wenn das Design selbst für damals schon etwas angestaubt war. Aber wir wollen nicht meckern. Suikoden ist eindeutig etwas Besonderes. Und obwohl der erste Teil nicht der stärkste Teil der Serie ist, ist es ein Klassiker. Es bildet die Grundlage für erstaunliche Mechaniken und Charakterbildung, die sich durch die Serie fortsetzten. Die Story ist anmutig gealtert und diese ganze Schlossbaumechanik und die vielen Ideen, die Konami mit dem Titel hatte, sind einfach und schlagbar gut. Suikoden brachte vier Fortsetzungen, mehrere Spin-Offs und andere Medien hervor. Der unmittelbare Nachfolger, Suikoden 2, wird oft als eines der größten RPGs dieser Generation bezeichnet. Denn dessen Geschichte, Charaktere oder auch Kämpfe wurde um einiges verbessert. Obwohl Suikoden 1 technisch gesehen das dritte Spiel in der Suikoden-Timeline ist, ist es der beste Ort für einen Neuling in der Suikoden-Serie. Da Konami außerhalb Japans ihr Rollenspiel Suikoden in eher begrenzten Stückzahlen veröffentlichte, wird man heute teilweise hübsch zur Kasse gebeten. Was den Preis für das Original anbelangt, muss man nur eine halbe Niere abgeben. Was aber den zweiten Teil betrifft, den wir hier uns auch noch ansehen werden, kommen einem die Tränen. Wer seinen Geldbeutel schonen möchte und dennoch Suikoden auf legalen Wege spielen möchte, kann sich im PSN-Store umschauen. Denn dort gibt es seit einigen Jahren eine Neuveröffentlichung. Leider ist diese nur mit einer PS3 oder PS Vita kompatibel. Aber nie habt ihr besser 5 Euro angelegt. Zumindest bis das Remaster der beiden Suikoden-Spiele erscheint. Dieses hätte irgendwie im März 2023 erscheinen sollen, aber leider ist es wieder vom Erdboden verschwunden. Irgendwann dieses Jahr wird es aber definitiv erscheinen. Hoffentlich. Suikoden ist ehrlich gesagt ein verstecktes Juwel in der Welt der Videospiele. Die Geschichten, Charaktere und Wendungen der Handlung könnten mit modernen Titeln mithalten oder sie sogar übertreffen. Vergessen wir mal die Kampfmechanik und die angestaubte Grafik. Suikoden hatte nur das Pech, in der Ära der Grandias, Final Fantasy VII und Panzer Dragoon zu erscheinen, die dem Spiel dann das Wasser abgegraben haben. Aber es ist niemals zu spät, auch ein Vierteljahrhundert nach dem Release sich diesen Titel zu holen und viele schöne Stunden damit zu verbringen. All die Schwärmereien, was die Suikoden-Serie betreffen, sind somit total gerechtfertigt. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala